Dieser Schichtaufbau Stoff. Irgendwelches weiches Schaumstofffließ. Und drunter noch mal Stofftapete. Servus und herzlich willkommen zum zweiten Vlog vom Haus renovieren. Diesmal geht es um Tapete ablösen. Für uns war das Haus das erste Mal. Wir haben jetzt schon ein paar Quadratmeter hinter uns. Deswegen kann ich gut erzählen, auf was man achten sollte. Bei dem Haus ist es faszinierend, dass man überall verschiedene Tapeten hat. Also hier ist vielleicht leicht weg. Drunter ist dann noch mal eine. Hier sieht man es in der Ecke wieder. Hier war noch mal ein anderer Streifen. Der war so ziemlich robust und früher hat man immer so Untertapeten gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel hier das Gelbe. Generell was braucht man zum Tapete entfernen. Man braucht Tapeten, Spachteln. Die sehen so aus hier. Wichtig hier dabei ist, dass sie flexibel sind. Also so ein bisschen weich. So weich. Und dann braucht man eine Spritze. Wir hätten erst die hier gekauft. Ist aber so ein bisschen mühselig mit der. Gerade wenn es dann über Kopf geht, ist es echt röd und halb. Deswegen einfach so eine Giftspritze nehmen hier und dann keinen Tapetenlöser kaufen. Es genügt einfach. Laubarmes Wasser reinmachen. Geht auch kaltes. Laubarmes geht ein bisschen besser. Und ja genau. Spüle dazu. Das Wort habe ich gerade gesucht. Und dann sprühe ich es ein. Und je nachdem, was für ein Tapetentyp ist es wichtig, dass ich mehrmals ein Sprühe. Erst einwirken lasse, dann noch mal drüber gehe. Aber das merkt man dann immer, wie es sich löst. Und wenn es sich dann löst, nimmt man am besten, wenn es geht, so einen Stock hier. Das ist gerade so ein Wesensstil, den wir gekauft haben und abgesägt. Und dann rollt man von unten her die Tapete auf. Sobald es beim Wickeln irgendwo reißt, muss man mit dem Spachtel gleich drunter gehen und das Stückchen lösen. Und dann geht es eigentlich ganz gut mit dem Wickeln. Ja, hier ist so ganz feste Tapete. Die geht ganz gut ab. Aber der Untergrund bleibt im Betrachten. Jetzt ein paar Maschee oben erst mal. Und dann noch so gelbes Zeug. Das geht richtig schwierig ab. Richtiger Scheiß. Das ist bisher der schlimmste Raum. Hier ist die grobe Räder runter und jetzt ist überall unter der Tapete. Und das muss man gut einwirken. Und dann mit dem Spachtel Stück für Stück abkratzen. Also man sieht jetzt hier die Geschwindigkeit. Und wir hatten noch direkt am Anfang so eine Stachelwalze gekauft zum Tapete entfernen. Ich dachte mal, das braucht man unbedingt. Aber im Haus bei uns gab es jetzt nie die Situation, dass sich positiv bewährt hat, dass es dadurch irgendwie besser ging. Also ab und zu haben wir sie reingesetzt. Aber da ging es jetzt nicht besser weg. Es mag Situationen geben, wo es was bringt. Ja, sag niemals nie. Aber die 15 Euro. Ich würde sie erst mal weglassen, die Walze. Die 15 Euro sparen. Und wenn es halt wirklich nicht geht, dann eine holen. Aber meine Meinung. Hier geht es jetzt erstaunlich schnell. Da ist, wie drüben auch, unter der Tapete nochmal so eine Untertapete. Aber hier klebt die zusammen. Und das wird richtig geil. Ich fühle mich wie so ein Spritz. Äh, Gipspritzer. Na, lang einwirken lassen oder wie? Ja, siehst du auch so raus. Ja, hinter der Lampe musst du auch nicht spülen. Ich habe jetzt die Reißleiner gezogen mit der Decke und mit der Dachschräge. Es geht einfach viel zu lang. Und an der Dachschräge stehe schon. Hier der raue Putz drunter, wo es komplett abgeblättert ist. Sprich mal mit dem Spachteln. Deswegen kommt jetzt an die Decke und an die Dachschräge Geriebsplatten. Äh, ja. Es ist jetzt ein bisschen schade um die Zeit, wo ich dran saß. Aber lieber jetzt Reißleiner ziehen, wie noch ewig dran hocken. Aber im Flur ging es jetzt wesentlich besser ab. Hier sieht es jetzt mittlerweile so aus. Und unten noch schon die anderen Zugange. Gucken, was die so getrieben hat. Krass. Die ging gut weg, oder? Ja, nicht so gut wie oben, aber schon unten. Sieht halt schon anders aus, gell? Nein. Einbauschränke wollten wir erst drin lassen. Sprich, den. Die sind hier wunderschön mit Stoff begleitet auch. Von außen. Und diesen hier haben wir uns jetzt aber umentschieden, dass wir es doch raus machen. Weil einfach, wenn man es jetzt alles tapeziert oder beziehungsweise Streichputz aufträgt, ist ja hinten am Schrank nichts. Und wenn man den dann irgendwann mal raus macht, ist es blöd. Ich habe ein paar Jungs da, die haben die Küche gekriegt. Die sind gerade fleißig am Ausbauern. Kamen zum Glück zu dritt. Deswegen kann ich jetzt hier oben schön Tabula Rasa machen mit den Schränken. Tadaa. Für große Raum nix. Hier soll jetzt das Bad rein. Der Raum ist fast zu groß für ein Bad. Beziehungsweise für ein Bad ist es eigentlich okay, aber vorne ist ja die Küche hier. Und ja, jetzt sind wir am überlegen, ob wir halt den Raum vom Bad kleiner machen. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir jetzt diese Wand umschieben sollen, dass hier mehr Platz ist. Was aber blöd ist wegen dem Fenster. Weil wenn man jetzt hinter das Fenster springt, dann ist das Parkleinsbad. Auf jeden Fall ein neues Fenster. Man muss das zubauern. Man macht entweder kein Fenster rein hier oder macht es weiter und muss den Sturz erweitern. Also, I'm not happy with the solution. Oder halt diese Flurwand nach innen schieben. An sich nicht so schwer. Aber jetzt schon die Frage, was bringt es mir, wenn hier mehr Flur ist? Also, ich stelle es mir jetzt so vor, als ob es nicht viel bringt. Aber es könnte natürlich sein, wenn es so ist, dass man das auch in der Küche merkt. Also, es sind jetzt zwei Varianten. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr geiler findet. Die Wand nach innen, breiterer Flur. Diese Wand hier in der Küche. Rüber. Hier sind geheime Botschaften. Ich kann leider nichts lesen. Visuelle Träume. Jetzt kommt der Raum, vor dem wir am meisten Bammel hatten. Weil dieser Schichtaufbau, Stoff, irgendwelches weiches Schaumstoff, Flies. Und runter nochmal Tapete. Stofftapete. Stofftapete mit Flies. Untertapete. Die letzten Aufnahmen mit Teppik. Die machen wir jetzt nämlich zuerst raus, weil sonst hängt das ganze Tapetenzeug in Teppik drin. Jetzt mal gucken, ob man den einfach rausziehen kann. Also der Teppik geht richtig gut raus. Bei der Roomtour im ersten Video habe ich ganz vergessen, unsere Reben zu zeigen. Wir haben ja parallel zur Hofeinfahrt 8 Meter Reben. Und die hatten wir dann auch noch in letzter Sekunde geerntet, als die ersten schon schimmlig wurden. Und hatten dann am Sonntagabend noch so eine Traubenpresse von Kollegen besorgt. Und hatten unseren eigenen Traubensaft gemacht. Waren 6 Liter. Also es ist 6 Flaschen voll. Und noch Gelee draus gemacht. So, fleißig am eigenen Traubensaft pressen. Von der eigenen Rebe. Das ist jetzt die Spezialkonstruktion hier. Auf dem Schemel drauf. Und da kann man schön Hektoliter rauspressen. Das war es schon wieder mit dem Tapeten-Mein-Vlog. Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Jetzt im nächsten Teil kommt ein Dachfenster. Bauen wir ein Dachfenster ein. Und wir fangen mal an mit Gipskarton. Und eventuell noch mit dem Spachteln von den kaputten Löchern. Aber wahrscheinlich braucht es da noch ein bisschen. Weil es hört sich immer so kurz an. Noch mal schnell das Fenster, noch mal schnell Regips. Spachteln wir noch schnell. Aber es braucht einfach alles so viel Zeit. Wir schaffen es trotzdem. Also, dann bis zum Vlog Nummer 3. Ciao!